Julia Fuchs In der Gruppe lernt sie schnell und spricht viel mit den Kolleginnen und Kollegen. Der Lehrer hilft ihr auch sehr. Zu Hause spricht sie mit ihrem Mann immer noch Englisch, aber bald können sie auch Deutsch sprechen. Julia lernt mit dem Lehrbuch und hat auch ein tolles Wörterbuch für die neunen Wörter bekommen. Ein Geschenk von Kay. Ihr Mann Kay Fuchs ist Arzt und er arbeitet viel. Er kommt erst am Abend nach Hause. Dann essen sie gemeinsam und sprechen über den Tagesablauf. Julia Fuchs ist Anwältin und kommt aus London. Sie wohnt seit acht Monaten in München. Sie hat einen deutschen Mann geheiratet und lebt jetzt in Deutschland. Sie muss Deutsch lernen und besucht einen Deutschkurs. In dem Kurs von Julia sind zwölf Teilnehmer. Julia braucht Deutsch für den Beruf. Sie will wieder als Anwältin arbeiten. Sie hat schon eine Stelle gefunden, aber sie braucht Deutsch Stufe B2 für die Arbeit. In der Gruppe lernt sie schnell und spricht viel mit den Kolleginnen und Kollegen. Der Lehrer hilft ihr auch sehr. Zu Hause spricht sie mit ihrem Mann immer noch Englisch, aber bald können sie auch Deutsch sprechen. Julia lernt mit dem Lehrbuch und hat auch ein tolles Wörterbuch für die neunen Wörter bekommen. Ein Geschenk von Kay. Ihr Mann Kay Fuchs ist Arzt und er arbeitet viel. Er kommt erst am Abend nach Hause. Dann essen sie gemeinsam und sprechen über den Tagesablauf. Julia Fuchs ist Anwältin und kommt aus London. Sie wohnt seit acht Monaten in München. Sie hat einen deutschen Mann geheiratet und lebt jetzt in Deutschland. Sie muss Deutsch lernen und besucht einen Deutschkurs. In dem Kurs von Julia sind zwölf Teilnehmer. Julia braucht Deutsch für den Beruf. Sie will wieder als Anwältin arbeiten. Sie hat schon eine Stelle gefunden, aber sie braucht Deutsch Stufe B2 für die Arbeit. In der Gruppe lernt sie schnell und spricht viel mit den Kolleginnen und Kollegen. Der Lehrer hilft ihr auch sehr. Zu Hause spricht sie mit ihrem Mann immer noch Englisch, aber bald können sie auch Deutsch sprechen. Julia lernt mit dem Lehrbuch und hat auch ein tolles Wörterbuch für die neunen Wörter bekommen. Ein Geschenk von Kay. Ihr Mann Kay Fuchs ist Arzt und er arbeitet viel. Er kommt erst am Abend nach Hause. Dann essen sie gemeinsam und sprechen über den Tagesablauf.